2,2 Millionen Jungen spielen in den Vereinen der Bundesrepublik Deutschland Fußball. Sie alle träumen davon, zu jenen Elf Auserwählten zu zählen, die das Trikot der Jugendnationalelf tragen. Einer davon ist... Marius, der Torwart. Marius, Torwart. Marius, Torwart. Moin. Ja, ja, grüß Gott. Hallo. So, gib jetzt mal Essen. Sag mal, du mit deiner fetten Wampe, du hast es doch wohl am wenigsten nötig. Ghh, das ist echt zu viel für meinen Zwölffingerdarm. Hm, naja, na wenn du denkst. Na gut, aber ich hoffe, du weißt schon, dass wir morgen ein Spiel haben. Ein Spiel? Na wo denn das? Na, in Afghanistan, hat dir das der Trainer nicht gesagt? Afghanistan? Wo liegt das denn jetzt, bitteschön? Afghanistan liegt irgendwo hier. Aha. Na, wie dem auch sei, pack deine Sachen, wir treffen uns morgen früh am Bahnhof. Okay, ich fahr mal um nach Afghanistan. Es ist, ähm, irgendwas mit Fußball, glaub ich. Boah, ey, ich fühl mich verarscht. Es ist ja wie in der schlechten Sitcom hier bei euch. Hahahaha. Oh, 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 oh. Bundchen, آپSir, müssten dich noch Cait Tanhakамен gehen. Ja, warum appraient eigentlich immer hier bei euch warst? Vielen Dank.